Abnehmbarer Unterarmverband Legen Sie die Stellung der Extremität fest, bevor Sie mit dem Anlegen des Gipses beginnen. Das Handgelenk befindet sich in einer leichten Dorsalflexion und einer neutralen, elle Speichedeviation oder einer leichten Auswärtsdrehung. Wählen Sie einen Delta-Terry-Net-Schlauchverband aus, der auch die breiteste Stelle der Extremität nicht einengt. Messen Sie die erforderliche Länge ab, legen Sie die Stelle für das Daumenloch fest und machen Sie mit einer Schere einen kleinen Schnitt. Rollen Sie nun den Schlauchverband auf, bevor Sie ihn über die Extremität ziehen, um Gleitdruck während des Überziehens zu vermeiden. Anschließend rollen Sie den Schlauchverband ab und entfernen dabei alle Falten und Knicke. Führen Sie an der Dorsalenseite eine Plastikschiene in den Schlauchverband ein, um damit später das Aufschneiden des Gipsverbands zu erleichtern. Ziehen Sie die Untersuchungshandschuhe über, bevor Sie mit dem Anlegen des Gipsverbands beginnen. Messen Sie einen 5 cm oder 7,5 cm breiten Gipsverband von der Handfläche bis unterhalb des Handgelenks, den Sie als Verstärkungsstreifen verwenden wollen. Falten Sie das Verbandsstück so, dass Sie zwei Lagen erhalten. Tauchen Sie nun den Gipsverband und den Verstärkungsstreifen in Wasser und drücken diese ein- bis dreimal sanft aus, um das überschüssige Wasser zu entfernen. Legen Sie den Verstärkungsstreifen an der Handflächenseite an und befestigen Sie ihn mit dem Gipsverband. Beginnen Sie dabei am Handgelenk und arbeiten Sie in distaler Richtung weiter. Schneiden Sie das Verbandsmaterial am Daumen ein, um so einfacher durch den Daumenzwischenraum zu kommen. Wiederholen Sie den Vorgang. Achten Sie dabei darauf, dass die Enden unterhalb des Daumens beim Umwickeln des Handgelenks mit einbezogen werden. Setzen Sie die Anlage in zirkulären Touren mit einer 50%igen Überlappung bis zum Ellenbogen fort und schneiden Sie den Gipsverband dort ab. Streichen Sie den Gipsverband mit Ihrer Hand glatt und entfernen Sie, falls erforderlich, überschüssiges Material rund um den Daumen mit einer Schere. Warten Sie, bis sich der Gipsverband wie eine Eierschale anfühlt und schneiden den Verband entlang der Plastikschiene auf, um ihn dann abzunehmen. Schneiden Sie nun die Kanten des Verbands zurecht, um eine gute Passform zu erzielen. Legen Sie dem Patienten den Gipsverband wieder an, um zu sehen, ob Sie den Verband noch weiter zurechtschneiden müssen und überprüfen Sie gleichzeitig die Bewegungsfreiheit. Schneiden Sie zwei Stücke des Delta-Hook-Verschlusses ab und legen Sie diese auf die Innenseite des Unterarms. Nun schneiden Sie Streifen des Delta-Loop-Klettbandes ab, schließen damit den Gipsverband. Um das Öffnen und Schließen für den Patienten einfacher zu gestalten, können Sie ein kleines Stück selbstklebendes Vlies von Delta-Terry-Net um die Verschlusskanten legen. Schneiden Sie ein weiteres Stück selbstklebendes Vlies von Delta-Terry-Net ab und nehmen den Gipsverband erneut ab. Legen Sie das selbstklebende Vlies um die Schnittkanten des Gipsverbandes, um auch hier weiche Kanten zu erhalten. Entfernen Sie die Schutzfolie, legen Sie das Vlies mit der Klebefläche auf die Schnittkanten und falten Sie es an den Kanteninnenseiten der Schnittflächen um, sodass diese komplett von dem Vlies bedeckt sind. So verfahren Sie mit allen weiteren Kanten und dem Bereich um den Daumen. Legen Sie den fertigen Verband um den Unterarm und schließen ihn mit dem Klettverschlusssystem. Dankeschön!